Schönen guten Hallo! Ihr kennt vielleicht das Video, wo ich ohne Map durch ganz Kalimdor gelaufen bin. Ich habe mir gedacht, komm, das mache ich nochmal und diesmal habe ich einen Gast bei mir. Das ist der gute Kayakos. Der hat sich im Thrull-Interview schon penetrant in die Kommentare gemischt. Und dadurch bin ich auch ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden. Und jetzt spielen wir zusammen! Hallo, ich bin Kayakos und wie ihr seht bin ich ein Troll. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hi! Also unser Ziel ist es jetzt, ohne Map, Moment, ich muss ja meine Map-Taste wieder rausnehmen. Okay, die finde ich irgendwann wieder. Wir starten eine Beutebucht, unser Ziel ist Silbermond, also das Tor von Silbermond, bis da oben hin laufen wir. Äh, natürlich Map verboten, Flugmount verboten, äh, sämtliche Teleporter oder Spielzeuge sind verboten. Äh, Goblin-Gleiter ist verboten, eigentlich alles was logisch ist, um den Sinn dahinter nicht kaputt zu machen. Interface machen wir komplett aus, du darfst dir jetzt die Map einmal nochmal genau angucken, wo du lang möchtest, ich mach das jetzt auch nochmal kurz, so ungefähr. Ja. Ja, komm. Ach, scheiß drauf, ich kenn' WoW. Was soll da schon schief gehen? Hat man beim letzten Mal ja schon gesehen. Wir gehen aus der Gruppe raus, damit wir nicht sehen, wo der andere sich befindet. Und wer als erstes da ist, der Gewinner kriegt natürlich irgendwas, was die, was das ist, äh, können wir noch diskutieren, während wir laufen. Das haben wir noch gar nicht überlegt, aber da kriegen wir noch hin. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, drei, zwei, eins, los. Gucken wir mal, wer als erstes in Silbermond ankommt. Äh, Schiffe dürfen wir natürlich auch nicht verwenden. Äh, sowas kriegt der Gewinner. Ja, ich kann ja mal, ich kann ja mal gucken hier, wie viel Gold hab ich. Brauchst du 11.000 Gold? Ach, warte, Interface wollten wir ja ausmachen. Interface ist natürlich aus. Ah, du bist ja viel schneller. Ja, ich weiß nicht. Da weiß ich, dass ich immer mehr gewinnt. Also wir können's so machen, entweder kriegst du dann einen Hassfunk Junior. Oder ich widme ein Video komplett deinem Kanal, beziehungsweise ich mach ein Kayakos-Verbussball. Oh Gott. Wenn du gewinnst, kannst du dann eins von beiden raussuchen. Und was mach ich, wenn ich, wenn du gewinnst? Ja, sag du's mir. Wir werden uns ja ein bisschen was überlegen. Hä? Ja. Wie war das? Bodenmounts waren erlaubt, oder? Bodenmounts waren erlaubt, ja. Dafür darf man das Interface auch kurz öffnen, fällt mir grad ein. Warum laufe ich die ganze Zeit? Warte, scheiße, scheiße. Äh, Bodenmount. Ähm. Fuck. Hier, auferstandene Stute. Perfekt. Fuck. Scheiße, er ist hinter mir. Er hat mich eingeholt. Und dieses Mount, was du da grad hast, ne? Das ist so ein geiles Mount, aber für Aufnahmen so scheiße. Echt? Weil wenn du ganz nah heranzummst in der Ego-Perspektive, siehst du die Augen von dem Mistvieh vorne rumfliegen. Das versaut die ganze Aufnahme. Oh, stimmt. Ja. Ich hab halt dieses zufälliges Mountbeschwören, hab ich dann. Ja. Hab ich dann aktiv und dann, wenn ich auf dem Mount lande, ist die Aufnahme für den Arsch... Moment, das ist falsch. Ja, reit du mal vor. Was? 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 Ich hab die perfekte Bestrafung für dich. Wenn du verlierst, musst du einen Döner-Hawaii essen. Also schön, Döner mit Ananass-Scheibe drin. Aber die Ananass-Scheibe, die wird dann einfach direkt aus einer Dose dann? Ja, aus einer Dose. Mir egal, wo du die herkriegst. Aber das würde ich sagen, ist eine angemessene Bestrafung. Wo bin ich? Das ist doch ein ganzes Gebiet. Ich bin endlich im nächsten Gebiet angekommen. Endlich. Bist du jetzt in Dunkelhain? Ja. Ich bin gerade in der Hauptstadt von Dunkelhain. Ich glaube, ich sollte hier als Hortler nicht sein. Oh, nee. Die sind auch freundlich zu mir. Was machen wir eigentlich, wenn jemand stirbt? Oh, ähm... Berufsrisiko. Berufsrisiko. Also man muss schon lebend in Silbermond ankommen. Das will ich damit sagen. Also nicht einfach sterben und zack durch. Das ist ja auch kacke für die Aufnahme hier. Schwarz-Weiß. Das war mal. Ich hoffe, ich bin richtig. Aber ich... Ich befürchte... Fuck. Ah. Ähm... Nee, ich bin falsch. Glaube ich. Ich... Ah! Ich glaube, ich bin gerade hier im Totendingster, wo Karazhan ist. Mann. Oh. Ich habe noch einen Reiseführer gemacht. Ich sollte eigentlich wissen, wie es heißt. Ich bin doch gleich im Rotkammgebirge. Scheiße. Oh, doch. Doch, doch, doch. Rotkammgebirge ist richtig. Also... Wenn man die Hauptstadt meiden will. Ja, da... Dann bist du schon mal links lang gelaufen und ich laufe rechts lang. Dann gehe ich nämlich über die sengende Schlucht... Äh... Rechts rum. Und du gehst... Mitten durch alle Allianz-Hauptstädte. Einfach mittendurch. No risk, no fun. Mittendurch. Aber du bist weiter als ich. Theoretisch könntest du ja die Tiefenbahn nehmen. Wenn du es überlebst. Ja. Erstmal fünfmal sterben. Äh, 50 mal sterben da drinnen. Weil ich würde sagen, das Risiko, die zu benutzen, das kannst du schon... Da kann man dich schon mal erlauben, wenn man das Risiko dafür einnimmt, von Wachen zermatscht zu werden. Du hast gesagt, du spielst seit 2011. Ja. Was sind denn so deine schönsten Erinnerungen an die Zeit damals? Ich weiß nur, dass ich also gerne, dass ich halt mit Freunden immer sehr viel gern gemacht habe. Ja, das ist ganz praktisch in einem MMO. Ja. Dass man was mit Freunden macht und nicht alleine. Meistens spiele ich MMOs alleine. Ja. Weil keiner da Lust hat, mit mir mitzuspielen. Weil ich dann immer so anderes Spiele spiele, die sie nicht wollen. Aber alleine, aber MMOs, wenn man die alleine spielt, sind das doch nur O's. Ah, jetzt bin ich im Rotkammgebirge. Ah, endlich. Was? Wo bist du denn langgelaufen? Die ganze Zeit irgendwie ganz komisch. Vielleicht sollte ich die Wege folgen. Da sind ganz viele. O's. Uga und alles. Wo bin ich? Man, ich darf echt nicht Escape drücken, Alter. Ey, wo bin ich? Ich glaube, ich bin komplett falsch. Kann man da, ich weiß gerade gar nicht, kann man da links dran vorbei oder wo ist der Ausgang? Äh, man kommt doch von der senkenden Schlucht, kommt man doch ins Sumpfland oder bin ich komplett daneben gerade? Müsste eigentlich, oh nein, die sind alle ganz leer. Äh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich wollte über die Brücke. Ich will raus. Okay, geht nicht. Okay, ich bin am Eingang vom Schwarzwels. Ich gucke mal, ob ich hier links dran vorbeikomme. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber da ist ein Weg. Vielleicht komme ich links dran vorbei. Oh, es geht hier weiter. Tatsache, ich bin richtig. Ich habe gedacht, ich muss rechts rum. Aber ich glaube, man kann auch rechts rum. Ich glaube, rechts rum kommt man dann ins Ödland. Okay, fuck, ich bin hier doch falsch. Ah, okay, Abort Mission. Nicht links lang. Hier ist nur eine scheiß Lava-Pfütze. Hier kommt man hier nicht weiter. Fuck. Ah, gut. Dann kann ich jetzt rechts lang laufen. Wann, ich hätte nichts sagen sollen. Hä, hier ist auch eine Sackgasse. Hä? Du, ich komme gar nicht raus. Also, man muss hier doch irgendwo weiterkommen. Irgendwo war doch ein schmaler Pfad, wo man rauskommt. Oder muss ich ganz rechts lang? Also, ganz rechts war ich jetzt auch. Wenn wir noch von der senkenden Schlucht sprechen, aber... Da ging es... Da gab es nur eine kleine Höhle, aber die war auch eine Sackgasse. Okay, gut, dass du es sagst. Weil genau vor dieser Höhle stehe ich gerade. Oh, oh, ich sehe eine Passage. Oh nein. Zurück. Rechts von der Höhle. Ich weiß, welche Höhle du meinst, aber rechts von der Höhle ist eine Passage über den Berg. Ich glaube, da geht es ins Ödland. Ha, ich bin wieder vorne. Was, nein? Als du jetzt auch abgebrochen bist, dann links lang, oder was? Ja, ich bin jetzt auch links lang. Tja, dein Pech. Ich bin wieder vorne. Adi is in the game. Nein. Nee, oder? Nein, 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 nein. Oh, ich bin tot. Oh. Hä? Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Ach, fuck. Ich sage jetzt nichts. Lauf einfach mal den Weg lang. Du wirst schon sehen, was ich meine. Ich meine, oh, ich meine, oh, jetzt bin ich im nächsten Gebiet. Hier musst du unbedingt lang laufen. Scheinbar nicht. Ach, kacke, Alter. Ey, wie kann man denn, hä? Ich habe gedacht, ich kenne mich aus. Also, ich kenne mich Kalim dort deutlich besser aus, aber ich stelle mich gerade fest. Meine Fresse. Da kommen wieder die Kommentare, wie kann man so blöd sein? Und den Weg nicht kennen. Das weiß doch jeder, dass es da lang geht. Oh. Nee, weißt du was? Weißt du was, fuck it? Ich suche mir jetzt einen Weg über die Berge. Scheiß auf den normalen Weg. Habe ich auch versucht, was geht nicht. Ah, du musst nur wissen, wie? Fuck. Oh, hi, wir sehen. Oh, was? Oh, fuck. Und bist du auch schon so verzweifelt? Ja. Ich habe keine Ahnung. Wohin? Ich glaube, ich laufe gleich wirklich außen rum. Ich schwöre, es will laufen komplett dämlich. Aha, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Oder muss man wirklich durch den Schwarzfels? Kann das sein? Gibt es einen Hinterausgang? Geh da jetzt rein. Ich geh jetzt in den Schwarzfels rein. Es gibt doch bestimmt einen Hinterausgang. Das ist doch locker der Durchgang. Auf der Rückseite kommt man doch auch rein. Also, warte, da gehst du auch so eine große Steintür. Schön. Hier war doch irgendwo... Gibt es die Frage? Da! Fuck, er ist vor mir. Mann, ich meinte, scheiße, falsche Richtung. Oh, was? Dungeon on Raid. Fuck, ich bin im Dungeon drin. Warum sieht man da keine Tanzeingang? Mann, warum sieht man da keinen Tanzeingang? Was ist das denn? Hä? Oh, Mann. Ja, ich habe einen Ausgang gefunden. Was? Und das ist auch nicht der Ausgang, wo wir reingekommen sind. Nee. Sieht aber eh nicht aus. Ist es aber nicht. Okay. Ich glaube, ich habe ihn auch. Ich muss nur kurz neu aufmauten. Äh, äh, gefallenes Streitroß. Ich reite jetzt den Korkenzieher. Ja, jetzt sind wir weiter, aber wo sind wir? Das ist doch... Irgendwo. Sind wir nicht immer noch in der senkenden Schlucht? Aber wir sind jetzt hinter dem... Wir sind jetzt hinter dem Berg. Jetzt müssten wir doch irgendwo weiterkommen. Und ich meine... Oh, sehe ich schon was? Oh, ich sehe die ersten Bäume von Dunmorok. Oh, ja, ich auch... Ist hier doch ein Morok? Wo bist du? Aber ich komme da nicht lang. Ich bin, äh, auf dem Berg. Und ich sehe die verschneiten Berge. Ja, so kommen wir aber nicht über den Berg. Nee. Gut, dass wir so bodenständig geblieben sind. Laternen sind gut, Laternen sind weg. Oh. Hallo. Warum kommst du von da oben? Warum ist da... Warum kommst du mir entgegen? Was hat das zu bedeuten? Nach meinem Emessen kein Ausgang war. Scheiße. Ähm. Wusste ich. Fuck. Was ist das hier? Was ist das für ein Ritual? Ich will nach Dunmorok. Weil ich bin so kurz vorm Ziel, ich sehe schon alles. Nein. Oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen. Ich vermute, hier geht es nicht lang. Nee. Okay, wo bist du? Ähm, kurz vor der großen Schlucht, wo du auch warst. Da ist eine Höhle, aber das sieht auch in einer generischen Höhle aus. Ja, eine Höhle wird gewöhnlich nicht durch Schluchten. Ja. Oh, hi. Oh, hi. Ein hässlicher Dino. Gut, also nicht in die Höhle. Dankeschön. Ja. Hier ist ein großer Weg. Ja, da geht es lang, ja. Da geht es doch nach Loch Modan mit der Eingangstülle. Das ist so. Geh aus. Fuck. Mann, warum zeige ich dir immer die Wege? Geh weg, geh außen rum. Du bist mein Navi. Lauf in meinem Furz. Ich seh das, ich seh das Ödland. Und ne fette Schlucht vor mir. Scheiße. Will ich ins Ödland? Überlebe ich das? Oh, ist die alte Trollarchitektur. Mann, warum? Oh, 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 oh. Ja. Ja. Ich komme hier rüber. Hier ist ein Weg nach oben. Hier geht zwar die Schlucht runter, aber hier ist auch ein Weg. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Ich glaube, ich wäre fast verreckt. Egal. Ich habe hier richtig, ich habe hier einen richtig sneaky Weg gefunden. Ich bin im Ödland. Ha. Oh, was? Hier gibt es... Ach was, ich verrate dir doch nichts, bin ich bescheuert? So, ich bin im Ödland Pech gehabt. Okay, ich bin am offenen Meer, das ist nicht gut. Hier ist ein Teleport, den darf ich nicht benutzen. Wo lande ich denn, wenn ich den Teleport habe? Was ist das denn? Ich bin jetzt beim Schwach... Bei diesem Obsidian-Schwarzen-Turm. Wo muss ich denn lang? Warte mal. Ich muss da links lang. Oh, ich kann da rüber schwimmen. Ich glaube, ich mache das. Überlebe ich den Sturz? Überlebe ich das? Riskiere ich es? Ich weiß nicht, wie ich das sonst lang sage. Ich riskiere es jetzt. Ich bringe da jetzt runter. Nee, ich komme da. Ich komme da lang. Ich bringe da runter. Fuck, das war, glaube ich, eine Scheißidee. Nein. Kein Fucken. Greifhaken, Greifhaken. Oh mein Gott. Hast du es überlebt? Oh mein Gott, ich war drei Meter vorm Wasser, wäre ich aufgeklatscht, aber ich habe noch gerade so einen Greifhaken rausgeschissen gekriegt, Alter. Ach, schade. Wenn ich je nach nicht den Erfolg bekomme, östliche Königreiche komplett erkundet, weiß ich auch nicht. Ach, ich habe noch einen Wasserbraut. Äh, Fabius. Ja, das Vieh heißt so, ja. Fabius, schwimm mich rüber. Ich, oh nein, off. Oh nein. Ich bin tot. Aber, oh, ich lebe lang genug für die Reinkarnation. Das ist gut. Das zweite Mal gestorben, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich hier rauskomme. Scheiße. Was mache ich jetzt? Bist du jetzt in der Schlucht gelandet? Ich bin in der Schlucht gelandet. Ja, dann such mal den Weg, den ich gefunden habe. Gleich bin ich wieder an Land. Oh, nee, ich stecke jetzt, komm. Oder, 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 schaffe ich das? Ich glaube, ich stecke fest. Ja, das ist doof. Oh, doch, jetzt, jetzt doch. Okay. Passt das. Ein bisschen wildes Rumhüpfen. Ich wollte dir gerade gestatten, für zwei Sekunden auf dein Flugbaum zu gehen. Hier ist eine dicke Höhle. Gehe ich in die dicke Höhle? Macht das Sinn? Ist das ein Durchgang? Ja, also, ich kann immer alles erkunden. Ja, oder? Ich gehe jetzt in die Höhle. Das muss ein Durchgang sein. Wenn du gar nicht mehr rauskommst, kannst du kurz auf Flugbaum, um zu dem Punkt zurückzukommen, wo du abgestürzt bist. Das gestatte ich dir. Okay, alles klar. Ich bin freundlich, dann mache ich das. Aber auch nur, weil ich in der Höhle bin und die Befürchtung habe, dass ich jetzt eh eine Weile brauche, um herauszufinden. Was? Er macht irgendein Vieh Edemantus, der Aufgestiegene, der gerade einen Moonwalk hinlegt. Oh, da ist eine Schlucht. Äh, da ist eine Lücke. Ich kann ja über Wasser laufen. Ich bin so blöd. Und ich schwimme vorhin die ganze Zeit. Ich kann ja über Wasser laufen. Wo bin ich denn jetzt? Ist das eine Brücke? Ich bin bei irgendeiner Brücke. Jetzt nur die Frage. Doch. Ah, ja. Arati Hochland. Oh nein. Ich bin jetzt in den Sümpfen angekommen. Oh. Muss ich mich ja... Dann kann ich ja wieder loslegen hier. Aber ich muss erst mal zu meiner Leiche laufen. Ich bin schon wieder gestorben. Warum schuldig? Das soll man nicht machen. Warum stirbst du denn auch? Oh, ich liebe es, wie meine Bergziege, was sie für Geräusche macht, wenn sie auf den Boden fällt. Bäh. Genau. Eins zu eins. Genau so. Das war gar nicht ich. Das war die Ziege. So, ich habe schon den nächsten Tunnel. Ich bin jetzt gleich schon aus Marathi Hochland draußen und dürfte jetzt ins Hinterland kommen. Also, wenn man einmal hier den Weg gefunden hat, dann ist es nur noch den Weg laufend. Also, ich weiß nicht, wo das Problem war. Den Weg finden. Wo bin ich hier? Ach, ich bin der... Oh Gott. Ich gehe jetzt gerade, glaube ich, zum... Äh, wie heißt das Gebiet nochmal? Auf jeden Fall falsch. Warum laufe ich weiter? Es ist doch scheißegal, wie das Gebiet heißt. Ich bin hier falsch. Okay, ich hätte doch recht gemusst. Das ist Weltbossgebiet. Und wie jeder ausnahmslos weiß, ist, dass man bei Weltbossgebieten Drachen töten kann, um Haustiere zu droppen, die mehrere tausend Gold wert sind. Hätte ich nichts gesagt, hättest du was gesagt. Definitiv. Ja. Ich bin falsch. Mann. Hier sind Nachtelfen. Hier sind Nachtelfen. Wo bist du denn? Ich glaube, ich habe mich gedreht. Ich bin jetzt durch. Ich denke, du bist noch im Marathi Hochland. Nee, da bin ich durch. Ja, toll. Mann. Bist du jetzt auch im Hügelland? Weiß ich nicht. Hier war ich noch nie. Geht's hier hinten weiter? Ich bete, hier geht's hinten weiter. Sonst holst du mich halt echt ein. Nein, hier ist nur ein scheiß Ritual. Hier geht's nicht weiter. Das war so klar. Mann. Immer diese kacke Rituale. Äh, ich meinte, der richtige Weg ist da, wo der Weltboss ist. Da geht's weiter. Ich will dir mal helfen, weil du so weit hinten dran bist. Hier ist ein Portal. Hast du so gesehen? Ah, ja, genau. Das ist da, wo es nicht weitergeht. Ach nein. Oh, fuck. Ich gehe jetzt auf den Weg, bevor ich mich wieder verlaufe. Da ist so eine Trollbrücke, so eine alte, wie im Schlingdontal. Ja, diese Hängebrücke, ja. Ja. Ist du da hergekommen, oder was? Fast. Ich bin über die Steine gesprungen ins Wasser rein. Aber ja, theoretisch. Oh, fuck. Da ist er. Hallo. Da ist es auch. Er hat mich eingeholt. So, dann zeige ich dir mal den Weg, ne? Mal wieder. Ähm. Hallo. Ähm. Das kenne ich doch noch. Ja. Ich glaube, da sind wir falsch. Äh. Scheiße. Einfach mal den Weg folgen. Hier lang? Ne. Doch. Da kamen wir her. Sicher? Hier kamen wir her? Ja, da kamen wir gerade her. Oh. Äh. Hier lang. Hier gibt es noch einen Trampelpfad dann. Da. Ja, genau. Den Trampelpfad. Hä? Was ist denn da hinten? Ist das nicht so lachen? Ah, da hinten ist ein Schiff. Ich bin gerade ein bisschen. Ja, ich bin gerade ein bisschen lost. Was ist denn da hinten? Hä? Was? Hä? Was ist denn da hinten, dass da Schiffe sind? Was ist denn das nochmal für ein Gebiet? Wir sind glaube... Weiß ich nicht. Wir sind immer noch hier, ne? In dem Ursprungsding. Oh mein Gott! Ich sehe die Passion des Zwilligs. Ist das gut? Nein, das ist schlecht. Wir laufen genau... Ach, scheiße. Wir laufen genau die falsche Richtung. Ha, ich bin wieder vorne. Ach, das war alles du Plan. Ja, ja. Okay, wir müssen die andere Richtung. Wir sind wieder raus. Oh, ich habe einen Weg. Oh nein. Ich bin wieder bei meinen Trollbrüdern. Ich war am Anfang fast richtig. Ich bin nur dran vorbeigerannt. Oh, scheiße. Greifenfeder auf den Boden. Du hast Scheiße in den Mund genommen. Wunderschön hier. Ach, das sind Hochelfen. Aha. Aha. Die gibt es ja auch noch. Ich dachte, die Viecher sind schon alle weg. Wenn ich jetzt hier weitergehe, dann... Ja, toll. Jetzt bin ich wieder direkt am Anfang. Wo ich herkam. Scheiße. Glückwunsch. Ach, da ist der große Adler. Ja, und irgendwo rechts vom Adler. Mann, warum sage ich dir das? Du bist hilfsbereit. Scheiße. Ich muss jetzt ein Portal finden, wo man durchläuft. Und dann wird man jetzt das nächste Gebiet geportet. Anders kommt man nicht rüber. Echt nicht? Ja. Ich muss jetzt dieses eine Portal finden. Wenn ich überhaupt richtig bin. Ich weiß gerade nicht mal, ob ich in einem westlichen oder östlichen Pestländer bin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt schon die östlichen sind. Ach Gott, ich glaube, ich... Jetzt habe ich mich verlaufen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hinkomme. Wie, wo. Wie, bist du jetzt im Kackbrauen-Gebiet? Nee, ne? Auch nicht. Ich bin immer... Hier ist immer noch alles grüner. Hier bekämpft sich gerade und Tote. Das... Okay, cool. So, ich bin im Portal. Jetzt bin ich... Ich weiß gerade nicht, wie das Gebiet heißt. Aber ich bin jetzt weiter. Wenn man sowas macht, weiß man die Map in WoW erst richtig zu schätzen. Ja. Das definitiv. Wahrscheinlichkeit besteht. Oh, Pestländer, ich sehe sie. Es wird kackbraun. Ja, geil. Es wird kackbraun. Und die Bäume sehen ganz komisch, schleimig aus. Selten freut man sich auf kackbraun. Oh, ich kann doch einfach diese riesige Todesschneise entlang. Die geht doch mitten durchs Gebiet. Dann komme ich doch eh an. Jetzt laufe ich... Ich laufe jetzt erstmal hier Richtung Arcarus. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich sehe Silbermord. Oh nein. Ich freue mich schon auf meinen... Döner mit Ananas. Freust du dich auf deinen Döner, Hawaii? Nee, ja. Wow. Lecker. Scheiße, hier geht es nicht weiter. Warum geht es hier nicht weiter, als ob? Nee, ich spring da hier zu. Ich sehe das nicht ein. Muss halt außen rum. Er kann ja nicht an zu weit weg sein, der Durchgang. Drei Stunden später. Diesen Flugmeister. Bin ich schon in Silbermond? Ist es schon Silbermond? Yes. So, ich habe es geschafft. Scheiße. Ich nicht. Einmal Döner Hawaii für dich. Ja. Ich glaube, selbst wenn ich wollte, könnte ich den Weg nicht mehr nachvollziehen, wie ich gelaufen bin. Dann würde ich sagen... Alles klar. War es das mit dem Video. Schaut bei Kayakos vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Er kommentiert bestimmt auch was, was ich anpinne. Könnt ihr mal vorbeischauen. Er macht coole Videos. Und ich werde auch mit Sicherheit in Zukunft bei seinen Videos auch mal zusammenspielen. Da werden wir was Koop spielen. Ihr dürft auch gerne was vorschlagen, was wir zusammenspielen. Weil wir sind gerade aktuell sehr planlos. Ja, schaut gerne bei ihm vorbei. Lasst ruhig ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir immer einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Zecktsache gilt. Und wenn nicht, dann nicht. Tschau. 3 da haben wir jetzt den dünner mit ganz viel ananas und dann lasse ich es mir jetzt mal gucken ob es schmeckt das war's hoffe ich hat es euch gefallen mir nicht